Keiner von dem Bluelive sieht's denn, oder? Ach, Digga, jetzt hab ich auch noch mal die... Leute, kann man so gerne anspannen... AHH! Ich muss mich draufstellen, oder? Weiß ich nicht... Naja... Nee, das ist eigentlich schon fast zu UP mit dem Sniper, wie sie auf einer Nemesis drauf finden. Dann kannst du halt... Du musst nicht so ewig warten mit dem Sniper, bis du ziehst, sondern dann kannst du einfach den weglässt und nochmal was. Naja... Oh, da ist noch eine Medaille. Ich muss nicht weg sein... Keine Weg sein... Keine Weg sein... Oh oh... Oh oh... Sind hier Gegner, oder sind das Bord? Geh rein, nein, nein, nein... Das ist diese Scheiß... Schade... Ja, ich höre... Ich geh gerne von der Nerede nette... Ach, ich will dein Yamaha. Hier sind noch Steps, aber das bin ich auch vor dem Moment. Fuzzi? Ach du hast auch nix mit. Schau. Nee. Ich kann auch meine Dinge blocken, wenn sie es... Oh, Sniper! Meine Dahlia, die Dahlia Dings blocken. Fuzzi? Oder ihr habt zwei Dahlia voll. Nee, nix voll. Aber hier ist noch ein blauer Shotgun. Äh... Digga, der zieht voll. Bringt sie es jetzt noch da rein zu gehen? Ist genau nicht mehr drin wahrscheinlich. Aber in 8 Sekunden gehts weiter. Ja. Ah, ich wollte gerade sagen, ja. Aber dann tue ich von der... Ach, die Schockgang kann ich ja nicht modifizieren. Ich tue die. Oh ja, egal. Ja, lass, 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 lass. Das ist los. Jetzt sind ja wenigstens medikiert. Ich tue die. Wo ist denn die Zone überhaupt? Die ist schon ein gutes Stück, ne? Ja, ich habe so einen Greifdeckel. Ja, ich nicht. Ich tue das Fliege. Gut, dass Schwimmen so schnell ist. Schwimmen ist einfach schneller als Laufen, ne? Was ist der Sturm? Jetzt habe ich die Schockgang mit Visier. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe noch ein Bandanschen. Wer der zeigt das Medaille? Ja, hat das gar keiner mehr. Ich weiß es nicht, wo war das? Weil wir sind alle nicht voll. Hä, Leute, du bist doch nicht voll. Hä? Das ist auch bloß halbes Blue Life und da zeigts mir das falsch an. Ich bin, äh, nicht voll. Nee, ich mein Marco. Dann hier hat der halbes Life, halbes Blue Life, aber das hat sie auch nicht aufgefüllt bei mir. Weird. Ich drobs dir mal für 10. Aber was bringt's mir jetzt, wenn ich das jetzt hab? Dass dein Blue Life voll geht. Nee, ist es nicht. Ich bin nicht voll. Hä, ich dachte ich wär schon voll, ich bin grad nicht voll. Sag mal, ist es auf sich? Weiß ich nicht. Eventuell. Jetzt droppt er so. Plus. Ja, sogar. Egal. Jetzt hat er keine mehr. Eins, eins hab ich noch. Eins hab ich dir gedroppt. Jetzt mal ernsthaft. Hä? Als ob das nicht mehr voll macht, haben sie das jetzt rausgepatcht. Also es war schon ziemlich OP, aber... Ja. Ah, hier ist noch ne... Äh, ne Jackfruit. Wie heißt das Ding? Okay. Hier hinten ist Slurps. Komm her, warte. Kommt her. Hier sind Slurps. Ich hab mir Slurp rein. Ja, okay. Ach, Digga, das gilt ja gar nicht für Green Life. Ich dachte, das gilt für Green Life. Jetzt bin ich vorig. Okay. Ui. Da ist ein Chicken. Oh. Ich dachte, das wird eigentlich alles tot. Ah ne, warte, ich muss ja eigentlich... Joski. Ah ja. Ja, ok. Ach, wie geht's doch drauf. Hey, OK... die zwei haps geschissen ich habe vier burgen also ich kann so wo kommen auch ein team ich habe dir das in der Glocking kill Stimmt. So in die Richtung. Wobei ich glaube, hier wie... Das wollte ich gerade sagen, jetzt ist es wahrscheinlich... Genau. Das wollte ich schon sagen, jetzt ist es wahrscheinlich im Süden. Wenn ich aber sage, es ist im Süden, ist es bestimmt nicht nur in die Zone. Ja, mal schön mal rein. Mal da so hin. Ich hab so weit drüben markiert, Digger. Jetzt check ich es jetzt. Ja, Digger, ich finde das hier ganz komisch immer. Ich check meine eigenen Markierungen. Oh, mehr Auto. Ja. Oh, oh, oh. Das brauche ich. So, Lootie. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das brauche ich hier vorne. Ich spotte mal schon ein bisschen. Okay. Hey, jetzt kommt's mir jetzt. Wieso hab ich hier noch keinen Kill? Ich hab doch vorher... Was ist das? Wie kann man eigentlich drüben? Das geht irgendwie nicht. Jetzt vier vorher Backflip. Oho. Ich muss mich hier noch ausstecken. Was hier? Wieso? Lass mich hier auch stecken. Wie weit sieht man eigentlich Auto? Wir müssen noch ein Willing-Gegner sein, oder? Ja, safe. 18 Leute. Ach, der feiert jetzt schon. Ne, das ist ein Feuer da oben am Fenster. Jetzt ist sogar fast mein Sniper, wie sie ein bisschen blöd auf der Wachse schreien. Ach, hier geht es doch. Ist hier noch wer? Ne. Digga, ich sollte eigentlich Metz mitnehmen. Warte, ich hau die Sniper weg, scheiß drauf. Ich schau mal, schläfst du. Hier ist noch ein Biggie, gell? Ich hab drei. Ah, ok. Ich hab mal einen Metz. Ich sammle dann jetzt einfach mal Metz. Ich glaube, wir sollten uns auch mal abstimmen, wer was mitnimmt. Was hab ich denn jetzt? Warte, ich bin immer am Dach, ne? Digga, hier steppt noch wer. Hier steppt wer neben mir. Äh, hier holen wir wen wieder. Wo ist denn das? Äh, ich hör's. Hey, wo ist das? Da, hier draus, bei mir. Hat der noch wen Kult? Da schießt doch noch wer. Nein. Ist jetzt noch wer gekommen oder nicht? Lass mal wieder rein. Hier kommen, glaube ich, jetzt die Teams von außen rein. Hier läuft noch wer rum, glaube ich. Ja, hier läuft wer vor mir. Vor mir, vor mir. Habe ich. Noch einer? Rechts. Der ist gleich über uns, kann das sein? Da rein. Gott, er markiert. Äh, Zone. Zone, 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 Zone. Müssen durch. Digga, ich hab echt nicht viele Waffen jetzt. Digga, lauf. Alter, die tut mir richtig weh. Wart, wir sind rechts von uns kommen da, oder? Lass mal den Berg hoch. Wo sind die Wichser? Ach, da oben schießt wer am Berg, da oben. Da ganz oben. Lass mal da von hinten hin. Sonst ficken die uns hier irgendwann noch. Ich hab mir schnell Medi rein. Ja, aber ich überleg gerade auch, ob ich das noch mach. Ui, ich rutsch hier runter. Alter. Ey, ich rutsch hier einfach. Digga. Lass mal den Berg hoch. Ich hab drei Biggies, gell, wenns wer. Ja. Ja, passt. Ich geh jetzt mal den Medi weg. Ach Leute, nur noch bist ein Dreierteam. Das heißt, ein Dreierteam und ein Zweier. Lass mal Dias fighten. Ich hab, äh, Taschenmushis, gell. Ich hab Decksbums. Oben am Berg. Ja. Digga, die haben jetzt wirklich... Ah, die haben ja... Digga. Ich brauch nen Biggie. Aber leg's irgendwo hin, dass es nicht runterrutscht. Ja, das ist ganz schwierig, aber. Geh, geh runter. Pass auf, pass auf, pass auf. Der snipet auf dich. Danke. Oh, Zone kommt. Oh, er ist schon vorne. Oh, ich bin noch nicht so weit. Müssen wir da runter? Ja. Wo, wo, wo? Da oben. Runter, runter, runter. Zone, Zone, Zone. Ja, warte, ich hab auch. Ja, nice. Wo sind die noch? Warte, wir müssen? Ah, die müssen zu uns, die müssen zu uns. Oh, der schießt auf mich von oben. Oh, von links, ja, fuck. Von links, unten. Links, unten. Oh, ich dachte, ich hab dich schon. Digga. So, mach her. Ich hab hier mal ein Ding aufgebaut. Fuzzi, komm her, Fuzzi, komm her. Bevor du allein bist. Warte, ich heil mich, ich heil mich. Hier hoch, lass hoch, lass hoch. Es ist nur noch einer. Ja. Okay, chillig. Ja, warte, Digga. Ich hab hier eine Hütte. Ja, der muss irgendwo noch eine andere Kante sein, ja. Geil! Ach Digga, ich dachte schon, ich hab keine Kills mehr bekommen. Chillig hab ich so. Okay. Schmeckig schmeckig.